Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem WikisOnLife. Wir haben jetzt hier 18.04.2020, wir haben jetzt 20.09, also 21.20 Uhr in der Realzeit und hier setze ich hier das Spiel mal fort mit Klaus, der sitzt im Moment in seiner Garage in der Liga und ich sollte vielleicht mal nach Stuttgart fahren, mal sehen, was immer bestimmtes ist, was es da Neues gibt und zwar rufe ich mal die Garage auf, dann fahren wir mal nach Stuttgart. Hier sind wir also in Stuttgart, jetzt haben wir schon 1,7 Millionen, ich weiß gar nicht, grün mit dem Geld hier, ok, jetzt müsste ich mal den Kopf wegmachen da unten, so jetzt machen wir mal Eingabe, Eingabe, jetzt haben wir 22.24, 3.24 haben wir jetzt, am Freitag schon wieder, ja. Keine Eifel, auch keine Aufträge, was ist denn los hier, meine Leute kriegen keine Aufträge mehr, aber zu dem, und Lukas B. auch, die in Südlo-Wahrwirtschaften also, Einkommen, André H. auch, wo kommt der her, André H. ist im Level aufgestiegen, ich weiß gar nicht, André H., wo kommt der her, Einkommen, hat auch schon 2.500, O.T., konnte keinen Auftrag gehabt werden, ok, kostet 1.500, der passt sich nur langsam, Einkommen, 2.000, KTW, 8.4 mit der Sonnenwelle, und die sind alle aufgestiegen, sehr schön, in Riga glaube ich, ne. Lukas B. konnte auch keinen Auftrag finden, die sind wie an mir, denke ich, ne. Ich schätze die Leute immer von einem Auftragsart in die andere, und dann kriegen die keine Aufträge. Ok, jetzt machen wir da mal eine Eingabe, jetzt sind wir um 10 Uhr, 12 Uhr, ok, Stuttgart, was können wir jetzt machen in Stuttgart, 1,8 Millionen, wieso kriegen meine Leute keine Aufträge mehr? Ok, ich muss mal hier rüber, also wir haben 1,8 Millionen, und was sagen die Gerechenmanager hier, der sagt also, die Musch liegt bei 11.000, 25%, Stuttgart bei 70%, Eger bei 35%, 30%, 65%, und so weiter, das heißt also, meine Leute arbeiten gut in Stuttgart, meine Produktivität geht wahrscheinlich nicht zurück. Ja, 36 Cent nur noch, Emma macht eine Streckenproduktivität von 2,66 Euro pro Kilometer, wie kommt das? Und Zenita von 9, Kim von 5,13 und ähm, was soll ich mit meinem Team hier? Was ist mit meinem Team? Machen 645.000, ja, aber, wo für 660.000, 22.000 im Durchschnitt? Ja, läuft läuft doch, läuft doch, läuft doch, was habe ich denn hier? Läuft doch, das sind ein paar Menschen von Stuttgart, also da bin ich, ich habe nur 5.500 hier am Tag, Emma hat 2.000, wie sieht das aus? Emma hat 3 Leerfahrten, wie kommt das? Wie kommt das, dass Emma so viel Leerfahrten hat? Ich weiß nicht, was kann ich nicht, was weiß nicht. Sollten wir das vielleicht mal weg machen und dann ausgeglichen fahren und bei Ternita, was hat Ternita? Ternita macht Profit, was finden die? Die macht und habe ich denen einmal irgendwas zugemutet was sie nicht kann oder die jetzt überall vier punkte sie ist fast durch die frau die fehlt mit dem anderen mit dem holzboden anhänger ja vielleicht sowohl die mal verkaufen was macht diese gerade unterwegs emma ist gerade unterwegs was hat die für einen turm ja die bretchen die fährt dann so weit wenn die so weit fährt dann kriegst du keine anschließaufgleichung dann wäre das teuer also die leute sollten vielleicht schon nicht so weit fahren Tanitha Tanitha fährt weit und sie bekommt immer Anschlüsse was hat die von womit fährt sie? die fährt mit dem tandem anhänger die kim kim ist in christian sand was macht kim? hat auch schon zwei leere zwei leere fahrten und dann abonnieren und wo ist denn eigentlich meine kastenwagen? habe ich keine Auflieger hier in stuttgart stehen in stuttgart wurden die Auflieger die Auflieger wo ist der Auflieger-Manager? wo ist der Auflieger-Manager? damit den Auflieger-Manager Stuttgart da haben wir da immer hat einen Schlagbetsholzboden den Container da haben wir gekühlt den Kühlwagen hat keiner warum nicht? den werde ich mir jetzt holen den Kühlwagen jetzt nutzen bitte ja möchte ich so jetzt wurde mir der Kühlwagen eingehängt und jetzt habe ich jetzt den Auflieger und jetzt schaue ich mal in stuttgart was für Auftrag ich da bekomme und zwar mit dem Frachtopf-Auflieger so das sind wir also der kommt also nach Clermont fahren wo ist das hin? da unten der war sehr weit weg eine dringende Fahrt der so weit möchte ich eigentlich gar nicht fahren dann war Austria auch eine Riesenfahrt Stuttgart nach Straßburg Stuttgart nach Mannheim Käse 18 Tonnen größer nur den nehmen wir da brauche ich mich nicht besonders anstrengend hoffe ich und ähm von Lkw okay die nehmen wir dann fahren wir da mal jetzt kurz hin ich müsste aber vorher noch mal in die Küche meinen Salat umrühren meinen Salat umrühren meinen Salat umrühren und vielleicht schon mal eine das hat dann das hat dann das hat dann das hat dann nach Mannheim Vielen Dank. 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 Jetzt können wir mal losfahren. Und jetzt fahren wir jetzt mal nach rechts rum. Jetzt muss ich hier zu meiner rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Ich möchte nur zur Werkstatt. Ich möchte nur zur Werkstatt fahren. Ich möchte nur kurz den Kurze. ist jetzt schon wieder weg hier. Wo ist meine Kreise? Ähm, bin ich denn hier bescheuert? Langsam. Ich muss mal nachschauen. Mal stoppen. Ich muss mal meine Kreise finden. Jetzt finde ich nicht mal meine Kreise gehen in der Umgebung. Dessenweise. Dessenweise. Da muss ich hinfahren. Geh. Da hin bitte. Nein, da hin. Ich möchte da hinfahren. Wieso macht der den großen Bogen? Das soll er gar nicht machen. Ach so, genau. Was macht der jetzt hier? Der soll da hinfahren. Und irgendwann. Der soll da hinfahren bitte. Ja genau. Der soll da hinfahren. Und das machen wir jetzt mal bitte schön. So, wo sind wir jetzt fahren? Okay, wir fahren los. Ja, wohin? Rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, machen wir. So. Und jetzt sind wir schon. Und jetzt sind wir schon mal der Geige hier, ne? Nee, da ist die Geige. Und du? Noch weiter bitte. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da. Genau. Da sind wir. Wo kommt der Tunnel, den da hinten? Den habe ich noch nie gesehen hier. Ein Tunnel ist bergmassiv. Ändern die auch die Stadt ständig. Okay. Jetzt fangen wir hier an. Wenn möglich, machen Sie eine Kebwende. Lass uns eine neue Route finden. Nein, ich möchte jetzt mal hier die Seine reparieren lassen. Was ist denn los hier? Was ist denn hier so teuer am Fahrwerk? Ich bin viel gefahren. Nach Russland, nach Tampa und so weiter. Schnelle Fahrten. Okay, haben wir. Und jetzt können wir also eine Fahrt suchen. Eine normalen Auftrittsfahrt. Wo wollen wir also hinfahren? Ich habe den Kühlanhänger hinten dran. Und da können wir also fahren. Mösch ich immer noch da hin oder? Das war also Mannheim. Der Käse. Was haben wir denn sonst hier noch vorne? Haben wir noch irgendwas Gutes? Was bringt dem meisten Geld? 46.000. Wir sind doch gar nicht hier. Wir sind hier in Schuttgart, mein Lieber. Da sind wir in Schuttgart, ja. Also da kriegen wir 11.000 nach Zürich. Da kriegen wir nach Bern und 11.000 und so weiter. Also da gehen wir in der Tour nach Zürich. Das sind nicht ganz so weit. Das sind die 3er. Wir bringen die Lieferung. Angebote auf die neuen Schuhen ab. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die nehmen wir. Fahrt vorsichtig. Das ist ja aktuell Medizinisch. Also. Wo bekomme ich die jetzt hier? Die Tour muss ich jetzt mal abholen. Wo muss ich abholen? Jetzt sind wir, als wir raus links runter. Was heißt Helga? Helga schweigt. Ich wollte gerade sagen, Helga schweigt, aber da kommt es auch schon. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Da drüben habe ich aber genau. Da müssen wir hin. Da holen wir das ab. Nach Zürich. Da wollte ich vorhin auch hin. Das heißt ich musste die. Okay. Einmal so rum um die Ecke. Mit dem Kühlanhänger. Liege nach links ab. Okay. Es ist vorbei. Jetzt geht es mal los. Vorbei. Von wegen vorbei. Das heißt also. Okay. Wir haben den da. Wir haben den da. Da gibt es so einen 50 Cent pro Kilometer. Dann nehmen wir den an. Und wo müssen wir das jetzt hinstellen? Da hinten irgendwo. Da müssen wir jetzt. Was hinstellen. Okay. Machen wir die Eingabe. Ich habe keine Zeit dafür. Fertig zum losfahren. Dann können wir losfahren. Gute neu berechnen. Gute neu berechnen. Und jetzt geht es nach Zürich. Die Tourstelle Strecke. Kenne ich ja schon. Da war ich schon ein paar Mal. Mit meinem neuen Kühl. Mit meinem Kühlgerät hier. Mit meinem Kühlaufflieger. Den habe ich ja noch nicht so lange. Den habe ich ja noch nicht so lange. Also. Mit dem Kühlaufhänger. Können wir also den Rest. Reste runterfahren. Okay. Denkste. Denkste. Genau das wollte ich eigentlich vermieden haben. Da bin ich hier eingeblieben. Ich habe gerade reparieren lassen. Mein Kühlgerät hier. Mein Kühlgerät. Habe ich gerade reparieren lassen. Und jetzt fahre ich da schon wieder hinten rein. Ja okay. Los geht es weiter. Ich muss also nach Zürich fahren. Das sind 200 Kilometer. Das ist ja nicht so weit. Aber wahrscheinlich kommen da wieder zig Hindernisse. Ein paar Schikanen. Wie ich den Demulator so kenne. Und äh. Endlich mal wieder heimisches Gefilde hier. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also mit Kühlerflieger. Fahre ich jetzt. Und zwar auch eine medizinische Ausrüstung. Also ich muss da Richtung Mannheim. Und dann Richtung Stuttgart. Richtung München. Und dann. Nehmen wir das dann nach Zürich kommen. Denk ich mal. Immer geradeaus. Ja. Da geht es ja schon nach Zürich. Nimm die Ausfahrt rechts. Nicht schön. Ja. Nicht schön. So früh schon. Sonst hat das immer länger gedauert. Verwandelt ja auch die Strecken und Touren. Die Stadtbilder. Ich habe so den Eindruck. Weil manchmal finde ich nicht mal meine eigene Geische wieder. Oder wie jetzt gerade. Da finde ich nicht mal. Wir stehen jetzt hier überholen. Und hier haben wir überholt. Aber wieder sehr rasant hier. Weil der Eindruck änderte wieder die Schrecke. Während ich am überholen war. Hat dann die Schrecke verändert. Der Foto auf einmal links und rechts. Da musste ich da auch nochmal drauf achten. Und da ich jetzt nur ängstlich auf den anderen Ecke geschaut habe. Damit ich mit dem nicht zusammen stoße. Konnte ich die Streckenführung gar nicht beobachten. Und dann entsprechend korrigieren. Immer geradeaus. Okay. Machen wir das. 92. Nach Zürich. Aber gleich kommt wieder hier irgendwas. Unfall. Streckenspange oder so. Gerade in Zürich. Hatte ich doch schon ein paar mal so ne Geschichten. Und klar war es egal. Wenn wir auch lösen die Probleme. Wir lösen die Probleme dann wenn sie anliegen. Nicht schon im Vorfeld. Ja. Also. Die dritte Tour heute. Die dritte Tour. Nach Zürich. Von Stuttgart. Heute Morgen bin ich also von Riga nach. Nach Petersburg gefahren. Dann bin ich von Petersburg nach. Nach Tampere gefahren. Und jetzt fahre ich von Stuttgart. Und jetzt fahre ich von Stuttgart. Mit meinem eigenen Auflieger nach. Zürich. Ich weiß gar nicht. Muss ich jetzt hier so schnell fahren. Oder weniger schnell. Ich habe jetzt sparsame Fahrweise. Und ähm. Um da Punkte zu bekommen. Da muss man vielleicht leichter fahren. Weiß ich so genau nicht. Normalerweise schon. Das man in dem Bereich fährt. Wo der LKW ganz besonders sparsam ist. Da haben wir wieder die KI. Da fahre ich jetzt zu dem Speis am Bereich momentan. Oder könnte es sein 70, 80. Und wenig Sprit verbraucht. Aber reicht das schon. Um da den Punkt zu bekommen. Weiß ich so genau nicht. Überhaupt. An dem Spiel weiß ich vieles nicht. Es ist unklar. Wie es kreativ ist. Später. Also zum Beispiel die Bewertung. Ich habe jetzt eine Bewertung von 6,7. Aber. Ich habe jetzt eine dringende Lieferung. Und eine wichtige Lieferung glaube ich auch. Und was machen wir in Zürich. Müssen wir mal sehen. Wir sollten noch eine vierte Fahrt machen. Das ist die dritte Fahrt. Wir haben schon 1,5 Millionen auf dem Konto. Jetzt sind sie in der Schweiz schon. Hurra. Jetzt sind sie in der Schweiz. Jetzt geht es berg hoch, berg runter. Dann fahren wir mal rüber. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Langsamer fahren vielleicht. In der Schweiz sowieso. Ich habe nur noch 51 Kilometer. Okay. Sind wir gleich da. Hier geht es den Berg hoch. Und dann fahren wir mal rüber. Was frage ich. Die medizinische Ausrüstung glaube ich. Vielleicht Corona Sachen. Hilfsmittel. Corona. Medizin oder so. Jetzt kommen wieder die gefährlichen Geschichten. Diese gefährlichen Abfahrten. Wo es dann so eng ist, dass sie kaum da rumkommst. Ich möchte sehr weit rausfallen. Und dass ich dann so wieder reinfalle. So stopp ja. Das könnte klappen. Jetzt haben wir genug Platz. Jetzt sind wir gut reingekommen. Ja. Super. Schlagen das auch nochmal. Mit den Abfahrten. Das hat ja gut geklappt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier auf die Autobahn kommen. Ist ja frei. Ja. Nachher ist. Der Video einer des Kunden will. Dass die Funk bald da ist. Ich bin ja gleich da. Aber fliegen kann ich auch nicht. Also. Bitte rechts halten. Was ist mit dem hier los. Ja. Also da sperren. Da komme ich schon mal nicht dran vorbei. Und ähm. Also erst kommt die Meldung. Kunde hat sie all dich. Und dann kommt die zweite Meldung. Schreckensperrung. Schreckensperrung. Nimm die Ausfahrt rechts. Also hier kann ich die Ausfahrt nicht nehmen oder. Was sollte das jetzt hier. Was sollte das jetzt hier. Hat der mich jetzt hier. Da stand jetzt ein Polizeiauto. Und ähm. Meinte der jetzt die Abfahrt. Oder meinte der die rechte Spur. Oder was meinte der. Wir fahren jetzt hier einfach mal runter. Wir gehen nach rechts ab. Hier können wir also nach rechts ab gehen. Jetzt haben. Ich dachte schon gerade. Hier geht's nach rechts ab. Ja. Und dann geht's nach Zürich rein. Dahinten kommt wieder ein Polizeiauto. Ja meine Leute. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja. Ich will sie wieder durchfahren. Ich will sie wieder durchfahren. Ich will sie wieder durchfahren. Mit meinem Auflieger. Da komm ich aber nicht dran vorbei. Den hatte ich gestern schon. Den Scheiß hier. Da komm ich nicht dran vorbei. Gestern jedenfalls. Komm ich nicht dran vorbei. Doch gestern komm ich vorbei. Aber. Geht nicht. Also. Muss ich schnell sehen. Dass ich das anders mache. Wollen die LKW schaden. Den nicht. Den brauche ich. Den da mal helfen. Den da mal zurück schleppen. Ja. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Okay. Schön für dich. Ich muss aber jetzt natürlich fahren. Okay. Und jetzt können wir losfahren. Jetzt haben wir auch wieder nichts verdient. Schaden. Oder weißer. Zu bezahlen. Scheint die noch. Mit meiner Autor. Scheint kein Schaden daneben. Und dann zwei Prozent. Ja. Guck mal. Guck mal los. Guck mal losfahren. Guck mal losfahren. Guck mal losfahren wir lieber. Dann fangen wir hier los. Wo ist mein. Das ist die Fracht. Und jetzt. Den möchte ich haben. Ja. Genau. Und jetzt. Muss ich was fahren. Links ab. Links. Links ab. Links ab. Ja. Und jetzt. Ich muss zu dem Ziel werden. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und dann bin ich auch schon da. Demnächst rechts abbiegen. Hier wahrscheinlich. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Ja. Geld bekomme ich wahrscheinlich eine Chance. Biege nach rechts ab. Hier nochmal. Das war eine schöne Fahrt. Ja. Ich weiß nicht. Aber. Der wird das hier nicht zu sehen. Der sieht das hier nicht zu. Verspätigt. Okay. Verbaute Kraftstoffe. 80 Liter. Ist immer noch 10.000. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nehmen wir hin. Die Schafe. Haltung. Jetzt haben wir auch nicht viel verdient. Weil wir die Werkstatt bezahlen mussten. der selbst steppen. Okay. Was bekomme ich jetzt in Zürich für Anschluss auf Tee. Der kann nicht nach Boden fahren. Nach Boden. Was will ich im Boden? Oder nach Berlin. Oder nach Graz. Oder nach Graz. Wollen wir auch nicht. Gucken wir nicht nach Frankreich fahren. In das neue Frankreich. In München. Nach Dior. Habe ich schon. In der Rams. Und da gehen wir auch schon. Da in das neue Frankreich saß. Was ich da gerade erworben habe. Ich habe hier auch Filet. Ist noch nicht drin. Weiß ja noch nicht. Dass ich jetzt hier die Weitung habe. Weiß ja nicht. Na. Boden war ich schon. Noch nicht. Na. Na Boden. Da fahren wir nach Boden. Warum nicht. Na. Na. über österreich oder über deutschland weiß ich nicht so genau 25000 ist ein guter job den bekomme ich auch hier sogar glaube ich ne bekomme ich hier da brauche ich gar nicht weit zu fahren ist natürlich noch besser ich bin doch hier gerade bei strucks hier bekomme ich auf den auftrag hin dann kommen wir hier gleich an der hat auch glaube ich den auftrag hier gleich ok schauen wir mal ob der jetzt ist hier ob ich hier die frage bekommen nach unten da hat er sie ja auch da an ihm bitte ja und wo war es jetzt hier gar nicht muss man sehen kann denn wahrscheinlich irgendwo oder ja nur was ja jetzt können wir das aufladen dann laden wir den auf sehr gut jetzt brauchen wir mal nach Brunnen fahren wir jetzt also wir haben Freitag 1949 49 Jahre wie in der Nachtfahrt das liebe ich nicht und dann und dann diese Gelände da jetzt muss ich da rechts fahren aber ich bin da jetzt da fahren oder das macht mir das nächste mal aus ich bin da jetzt in Russland gewesen jetzt fahren wir also von Zürich nach biege nach rechts ab ja ich hab jetzt mal ich sehe wie ich muss meinen Spiegel wieder ausrichten damit ich wenigstens zwei Spiegel habe aber dann ist ja eigentlich Spiegel natürlich genau dort wo ich sein soll ok das heißt ich muss jetzt auch mit einer Hand denken und mit einer Hand hier meinen Spiegel justieren und es wird immer dunkler ich sehe immer weniger und rechts halten und dann rechts abbiegen Donc auf alle Bilder wir fahren und legen weiter через Licht jetzt dominieren wir nochmal mit einer Winkern óm Ja, das war erstmal hier aus der Schweiz rauskommen, da muss ich jetzt durch die ganze Schweiz, dann durch Österreich runter und dann, wenn die Tschechei, ich weiß nicht genau wie die das hier vorhaben, die Technik, die Streckenführung, ich könnte mir die mal anschauen, die Streckenführung, aber ich möchte erstmal hier alle rauskommen hier und dann vielleicht auch mal einen Parkplatz fahren irgendwo, ich möchte dann die Idee, oder weiß ich genau nicht, was ich dringend, oder ich hab da dauernd dringend in der Lieferung, was sind das, die 800 Kilometer, ich müsste höchstens 300, 400, 500 fahren, denke ich, wieso habe ich jetzt 800, 817 Kilometer, wieso macht er sich jetzt hier selbstständig, der Simulator, wie stimmt der jetzt, wie lange meine Touren sind, da geht's ja nach Stuttgart, ja gut, da wollen wir nicht hin, wir wollen ja nach Brunnen, oder nicht, rechts halten, und dann auswärts rechts nehmen, wo geht's ja hin, rauskommen rechts, da geht's ja Schuss, wir haben immer zu langsam, ich muss mal die anhalten, ein Stückchen weiter fahren, bitte, ok, dann fahren wir hier mal auf die Seite schaffen, nimm die Ausfahrt rechts, stopp, jetzt machen wir den mal, und dann schauen wir mal die Weltkarte, wo hier sind, wo die uns hinlotsen, ja, wo lotsen die uns hin, jetzt hier, nach Stuttgart, nach Stuttgart, nach Stuttgart, nach Stuttgart, nach Bonn, ich hatte jetzt erwartete See und hier entfährt, naja, gut, wie er meint, und womit habe ich jetzt hier es verdient, da 800 Kilometer zu fahren, wo ist meine, meine Tour eigentlich, da sind wir, und hier muss ich ja sehen, dass ich da, F7, F7, mein Fahrzeug, F6, also Leberwurst, und die soll Samstag zwischen 16 und 23 Uhr da sein, schon habe ich noch Zeit, das wird so zu schaffen sein, das war 18 Kilometer, ok, ich muss da mal was setzen hier, ... Okay, jetzt fahren wir hier erst rum und ähm, und dann geradeaus, ja das ist die vierte Tour heute, 25.000 und jetzt geht es in Stuttgart, wahrscheinlich jetzt hier wieder Landschaft oder was macht der jetzt hier mit mir, ich muss also nach Prag und dann von Stuttgart nach Prag und dann nach Brunnen. Ja, es ist alles so dunkel bei mir, oder meine ich das nur, was ist das für ein Auto, war wir schon in der Schweiz oder? Ja, hier sind wir, das geht's, wir haben die Hypeiziener Norton, hier sind die Hypeiziener Norton, hier sind die Hypeiziener Norton, hier war wir nicht auf die Hälfte. Dann fangen wir hier drauf, ja, nicht so wie gehalten, okay, stoppen. Dann fangen wir hier drauf, ja, nicht so. Dann fangen wir hier drauf. Dann fangen wir hier drauf. Dann fangen wir hier drauf, ja. Ja. 700 haben wir noch, 758. Also jetzt wieder nach Stuttgart und dann von Stuttgart nach Park. Ja, einen Park könnte ich vielleicht auch in der Filiale machen oder im Brunnen. Unter den unteren Bereich zu Grab zu decken, eine Filiale vielleicht in Brunnen, in Tschechien. Aber welche Verbindung habe ich zu Brunnen? Hm, gar keinen, denke ich mal. Dann fangen wir hier. Nicht schon wieder die Nerven, aber hier werde ich gerade durchlegen. Dann fangen wir hier rein. Ich bin hier ein, ein Rönefall, das immer an. Wie näht die Jökschön Rönefall. Jetzt wird der Wimentechtig hier vor und rum. Der weiß, dass ich sie ehrlich habe, den Simulator, deswegen simulierte mir so eine lahme Korinata von mir, um mich zu wahnsinnig zu schreiben, zu riskanten Überholmanövren. Und danach dann dort die Strecke zu wechseln, links rechts, damit ich hier nicht einschlafe. Immer geradeaus. Hier sind Nürnbergwaner im Schuttgart, ja. Hier ist Nürnberg. Hier ist Nürnberg. Hier ist Nürnberg. Ja. Ich sehe, wie ich hier nicht viel fahre. Mein Juno war zu spät. Der hat das schon wieder antifiziert. Mein Simulator wusste, dass ich nach rechts fahre und dann hat er mir schnell einen eingehauen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Machen wir. Auf in die Dunkelheit. Was hat denn da rechts rüber fallen? Was hat denn da rechts rüber fallen? Warum? 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 Wanns. Weil ich da rechts rüber fallen. Wie? Warum? Ich bin geradeaus. Wanns. 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 Ja, also wieder ein Spiel am Samstagabend, was haben wir jetzt, 22.15 Uhr und hier auf dem Computer haben wir fast nur Uhr nachts und wir haben noch nicht die Fahrt, die Autobahn nach Parka reicht. Ja, wieso habe ich jetzt hier 800 Kilometer Fahrten? Hatte das von sich aus, hatte jetzt mein Verhalten ja analysiert und weiß auch, der liebt die kleinen, die reichten Fahrten vor Ort, der merkt man in der Backkante, langen Fahrten oder? Ja, das ist ja gut. Da geht es am anderen, fesier ich hoch und dann wird das immer schneller. Ich habe gar nicht gesehen, ob da einer gekommen ist. Immer geradeaus. Okay. Ja, ich spiele mit Fernlicht. Ich weiß, dass ich das nicht darf, aber ich sehe halt schlecht und diese Nachtfahrten im Dunkeln, die sind für mich wirklich unangenehm. Und dass es mein Spiel ist, möchte ich das auf meine Art und Weise machen. Da muss man gerecht auf Weihnachten gehen. Ich sehe das noch nicht. Da näher geht's nach Prag. Dann kommen wir nach Prag und von Prag kommen wir vielleicht gut nach Brunnen. Das ist dann noch nicht mehr so weit. Wann soll ich eine Pause machen? Bei 300 bis 400 ungefähr. 800 Kilometer durch. Ich bin heute schon bei 200 Kilometer am Tag gefahren. 200 nach Zürich und vorher nochmal nach Petersburg 600. Und dann 100 bis 600 nach Tampere. Wann 1200, 1400 und jetzt nochmal 800 sind 2200. Ah. Da sollten wir eine Pause machen nachher. Ich habe nur 7 Stunden zu fahren. Damit ich auch immer Zeit habe, um den Saar zu essen hier. Der Saar steht und riecht gut, aber ich komme nicht dazu, wenn ich selber keinen Verkehr habe. Da haben wir einen Restplatz. Hier haben wir einen Restplatz. Hier haben wir einen Restplatz. Kommen wir da wieder herauffahren. Könnte ich mal Salat fassen. Einmal Salat fassen. Neu berechnen. Außer nicht. Ich fahre gleich weiter. Immer geradeaus. Ich fahre gleich weiter. Ich will hier nur mal sehen, dass ich hier, dass ich hier irgendwo kurz mal anhalte, meinen Salat ein paar Schreppen davon esse und dann fangen wir weiter. Ja. Hier ist wieder alles voll, oder wie? Ne, geht. Das geht. Dann fangen wir mal hier rein. Das ist für uns daneben hier. Okay, stopfen. Dann fangen wir die Mutter aus. Dann fangen wir erstmal Salat essen. That t心 zu im yuf. Gehl. Dann fangen wir nochmal hinzu. Dann fangen wir nochmal auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mal eben die Feuer aufsetzen. Dann geht es jetzt hier weiter. Ja. Und dann... Hier ziehe ich meinen Pkw hinter mir, ok, also wo geht es hin, was habe ich noch, 483 Kilometer, 500 Kilometer noch, lange Touren. Hier kann ich so lange Touren fahren, möchte kurze Touren fahren, aber das erlaubte ich auch nicht. Oder erst wenn ich alle voll habe, ich weiß nicht genau. Okay. Geht es hin. 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 Habe ich schon wieder einen mitgenommen? Dann nehmen wir so einen Hubel und zwischendurch. Ich bin schon auf der richtigen Spur. Ja, machen wir. Komm euch das Licht ausfetten, langsam halt der Clown. Der will wieder überholt werden, ja. Das macht er wieder absichtlich. Und dann während des Überholvorgangs die Schreckenfunker zu ändern. Ja, also ich habe heute schon 6,5 Dollar in der Weichstatt bezahlt, für nichts und wieder nichts sag ich mal. Und dann habe ich ja schon 1000 Euro für Abschnitte bezahlt, schätze ich mal. Aber Geld haben wir im Moment genug. Das ist nicht das Problem. Aber, was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich keine langen Schritten fahren will. Das kapiert der Simulator nicht. Der zwingt mich hier in die langen Touren. Ich möchte keine Nachtschichten fahren, aber der zwingt mir die Nachtschichten auf. Ja, und dann hast du mit dem Anhänger hier. Überholen will ich auch nicht. Aber der zwingt mir das auf, indem wir hier so einen Alarm gucken, ja. Dann kriegst du gerade zwei jetzt hier und einen. Es wird hell im Rahmen. Was heißt, was war, die Rede von 11 bis 16 Uhr glaub ich, ne. Oder von 9 bis 11. Irgendwas war mit 11 Uhr, aber nicht da sein soll. Von 11 bis 13 Uhr oder von 11 bis, ich weiß nicht mehr genau. Was haben wir, 43 haben wir. Ich bin jetzt hier Millionär. Ich brauch nicht mehr zu fahren wie der Teufel. Aber ich mach das trotzdem. Ich hab 40 Jahre gewesen gelaufen für mich. Ich brauch nicht mehr fahren. Aber ich fahre trotzdem. Vier Touren am Tag. Viel zu viel. Eine Tube würde reichen. Aber ne, ich muss jetzt vier Touren. Ich will dir mal einen Leuten zeigen, dass ich auch noch fahren kann. Was soll das? Was ist denn für komische Stolz hier? Sind Prodo Stolz oder was? Was soll das? Ich als erster Arbeiter, wenn die Leute denken, dass ich besser arbeiten kann wie sie, kann da wohl nicht wahr sein. Immer geradeaus. Sind ja nur Avatare. Ja. Und sie in die Videowollen. Ich fahre langsamer, wird der noch langsamer. Wenn ich ihn überholen will, macht der jetzt eine Rechtsgruppe, damit ich ihn noch länger brauche dafür, dann wird die Rechtsgruppe nochmal verstärkt, und dann macht er eine Linksgruppe, das ist dann auf die Drauffahrung, das sind so die Metschen, die der Simulator so drauf hat beim Wohlen. Ja, sind wir schon in Prag oder in der Tschechoslowakei, ich weiß nicht genau wo wir sind, jedenfalls geht es gut voran im Tunnel. Ein Tunnel. Man kann nicht sagen, dass die Tunnel alle gleich schon sind, da geht es nach München und nach rechts, nach oben, nach Prag oder so, nach Tschechien. Wir sind glaube ich jetzt in Deutschland. Immer geradeaus. Geradeaus geht es nach München, muss hier um. Okay. Habe ich wieder so gerade nicht verstanden, was der von mir wollte. Es war wieder viel zu schnell, deswegen, ach ja, deswegen habe ich hier Probleme manchmal. Besonders in der vierten Fahrt, wo man dann nur ein Ziel hatte, ankommen, 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 abladen oder Ladung abladen. Ich hätte die Tunnel nicht annehmen sollen, von Zürich nach Brunnen. Nach Brunnen. Was hat mich da wieder geritten? Das war dann wieder mein Bruders Interesse. Okay. Genau. Jetzt machte ich den Schafer rechts schoen. Beim Brunnen. Und dann wechselt er auf die Linksgrube, um mich aus dem Holzmus zu bringen. Aber das kriegen wir auch bald hin, mein Freund. Das haben wir jetzt auch bald drauf. Das meistens nicht nur mal mit uns. Oder du überholt sind, dann musst du auf einmal schnell rechts runter oder so. Aber es hält er auch drauf. Was haben wir denn noch? 230 Kilometer haben wir noch. Wir haben 5 Uhr. 3 Stunden, das heißt 8 Uhr. Jetzt gebe ich hier gutes Gas. Jetzt gebe ich gut Gas hier. Das ist mein eigener Co-Transporter übrigens. Mit dem ich hier fahre. Rechts halten und dann auswart rechts nehmen. Ach. Ja, ist zu schön gewesen, ne? Da haben wir praktisch schon. Das heißt, wir feiern jetzt den nächsten Boden. Auch schon mal gut, ja. Jetzt geht's also den nächsten Boden. Wie weit ist denn entfernt von Breck? 200 Kilometer. Sieht aus. 200 Kilometer vom Park der Brunnen. Der Brunnen liegt weiter östlich und südlich auch. von Breck. Auf meiner Karte hier. Ja, ein blauer Tunnelmarkt war auch schon lange nicht mehr. Ja. Ich muss auch mal die Farbe in den Schritt wechseln, ne? Dann wird das jetzt zu langweilig. Ja, jetzt haben wir gelbe, blaue, Laternenferne. Wird die jetzt überholt werden, oder was? Was macht er jetzt hier? Der Brunnen kommt. In den nächsten Tunnel fahren, oder was machen wir jetzt? Was steht in den nächsten Tunnel an? Dann macht er in den nächsten Gruppen. Rechts halten und dann auswart rechts nehmen. Nein. Okay. Dann machen wir das mal. Nimm die Ausfahrt rechts. Geh hoch, ja. Dann fangen wir hier hoch. Jetzt haben wir noch zwei Stunden noch Fahrzeit. Wo muss ich jetzt hin? Also wir sind bald da. Von den 800 Kilometern haben wir schon drei Viertel geschafft. Und da geht's nach Bernau. Jetzt auf die linke Seite. Da geht's nach Linz. Ja, Linz kenn ich doch schon. Da war ich schon ein paar Mal. Ah. Also auf der Brunnen. So können wir nach rechts überfahren. Das wird hell langsam. Gott sei Dank. Ich war ja nicht gern im Dunkeln. Im Moment höre ich mir dann mehr zu. Dann sehe ich wieder. Jetzt fangen wir mit 90 hier. Hoch runter links rechts. Ja. Von Zürich nach Brunnen. Ich hätte gedacht, ich müsste dann über Salzburg und so fahren. Aber das war nicht der Fall. Früher über Stuttgart. Über Park. Ist das ein Natur, das ich jetzt noch nicht hatte, oder? Also, inwieweit greift der Computer, der Simulator, jetzt in meinen Planungen ein? Also hat er schon meine Priorität für viel Geld entdeckt? Das sind mir jetzt also gute Fahrten präsentiert, oder? Ja. 100 Kilometer, hoher Minären und Sensil. Und wir haben nur gleich solche gute Chancen, da quasi zwischen 9 und 11 anzubauen. Jetzt geht's hier auch runter. 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 Wir haben einen Parkplatz. Okay, okay. Wo ist der Biter? Dann? 56 Kilometer? No. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir nicht mehr viel riskieren, ja? Und die Damen gucken, die werden wir nur überholen, ja? Die nerven, ja. Was ist das hier für einer? Okay. Dann haben wir den auch geholt. Ich bin jetzt müde und da riskier ich noch mehr hier. Das wäre gar nicht erforderlich. Jetzt sind wir hier hoch runter, ins Geistberge. Also Autobahn. Ab und zur Autobahn. Jetzt sind wir gestern, oder? Brunnen. Jetzt haben wir noch 50 Meter Meter noch. Nee. 52 Meter haben wir noch. Ah. Immer geradeaus. Okay, kam ein bisschen später, ja. Das kam etwas spät. 7 Uhr 45. Ich dachte gerade, es war schon 8 Uhr. Habe ich mich jetzt da versehen, oder? Jedenfalls kann ich mir Zeit lassen. Das Ziel haben wir erreichen. Das Ziel haben wir erreicht quasi. In kurzer Form. Jetzt brauchen wir nächstes Mal riskieren. Und nur ruhig ausfahren lassen. Ausrollen lassen. In der KW. Dann wird da. Ah. Ja. Bitte rechts halten. Machen wir. Ich sollte vielleicht, wenn ich trinke, den Fuß vom Gas nehmen. Das ist dann nicht mehr gehalten. Die Ausfahrt rechts. Okay. Okay. Und jetzt. Vierspuren. 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 Geht's frei. Und da kommt gleich einer. Da kommt er vorbei. Wieso sind wir jetzt in Wien? Ich will nicht nach Wien. Ich muss nach Brunnen. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Links halten. Und dann links abliegen. Wien zu Brunnen? Ich weiß. Okay. Ecke mit habe ich noch. Wien zu Brunnen. Neues Ziel. Ähm. Kammerie. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen, ja. Biege nach rechts ab. Dann sind wir ja stark. Ja, so. Biege nach rechts ab. Hier rein die gleich, ja, bei IKW, ja, ich auch, ja, ich auch, ich auch, und die Übersprung kompletten zu behalten, ich habe keine Haube, darf dafür bestätigen, was sagt er, ausgezeichnet, bin auch fertig da, ich hatte 25.000 Auslösung, sehr gut, aber nur 200 Fähigkeitspunkte, haben wir geschafft, okay, jetzt können wir wieder in den Punkten dazugehören, was machen wir jetzt sparsame Fahrweise, vielleicht den dritten Punkt holen, das hier den dritten holen, mit Auflieger und 20% ohne Auflieger, also mit Auflieger fahren, drei Fahrten nochmal, geht jetzt mal den dazu, sparsame Fahrweise, dann sollte ich in der Punktzahl auch mal hochkerten, okay, ich bin schon oben, ich bin schon bei 7,5, ich habe die Fähigkeiten noch gar nicht erreicht, aber ich bin schon bei 7,5 Uhr, das war also gut, also ich muss dann mit dem eigenen Auflieger fahren, wahrscheinlich, kann nicht, okay, also ich mache mal Schluss, ich muss jetzt so laden, und dann man hört sich gut, also ich bin ehrlich, wir sehen, wir schauen woher das wird, also ich hoffe, wir fühlt wieder dabei, ich nehme an, wie ich denke, das habe ich habe, ich nehme an, dass ich Vielen Dank.